... und durchsetzungsfähige Kopf der Batsheba Dance Company. 1964 wurde diese Company von der tanzbegeisterten Mäzenin Batsheba de Rothschild ins Leben gerufen und von Martha Graham, einer der Gründermütter des Modern Dance, geleitet. Bei Batsheba hat Naharin einst seine ersten Schritte als Tänzer unternommen, wie überhaupt nahezu jeder Tänzer und Choreograf aus Israel, der es international zu etwas gebracht hat. Itzik Galili, Pofesh, Schechter, Sharon Neyal oder Rimbale Pinto erhielten ebenfalls hier wichtige Impulse. Naharin hat noch selbst bei Martha Graham studiert. Sie holte ihn, obgleich er erst im Jahr 1974 mit 22 Jahren, nachdem dreijährigen Militärdienst zu tanzen angefangen hatte, nach New York. Dort studierte er an ihrer School of American Ballet und an der Judea School. Bevor er nach Israel zurückkehrte, gab er ein Hintermezzo bei Maurice Béjaras legendärem Ballet Vivantien Sieg. In den vielen Jahren seither hat er sich als Tänzer und Tanzschöpfer profiliert und sich stilistisch wie inhaltlich weit von seinen Wurzeln entfernt. Wenn man Pohat Naharin engagiert, dann wird Gaga trainiert. Eine besondere, jenseits des klassischen Trainings liegende Bewegungsform. Auch in Minus 16 spielt die von Naharin ursprünglich eigens für die Bajewa Dance Company entwickelte Gaga-Methode eine große Rolle. Sie setzt auf Improvisation. Sie griebt mit alten Tänzergewohnheiten und fordert auf die Tänzer herauf, sich neu und ihren Körper zu erfahren. Die instinktive Körpersprache wird verbessert, bewusste und nicht unbewusste Bewegungen verbunden. Mit Gaga hat Pohat Naharin die konventionellen Trainingsmethoden revolutioniert und findet damit Weltzeit in der Tanzszene beachtet. Gelehrt wird die Methode in sogenannten Gaga-Klasses, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Es sind keine Zuschauer erlaubt. Wer nicht mitmacht, bleibt draußen. Dass es eine intime, unakademische Form des Tanzes ist, zeigt sich rein äußerlich daran, dass Spiegel aus dem Ballettsaal verbannt werden. Wo normalerweise der Körper im Spiegel kontrolliert wird, schaut der Tänzer quasi nach innen und überprüft seine Haltung. Die Bewegung ist also nicht die äußere Imitation eines tradierten Musters, sondern eine individuell erzeugte Sprache. Herausgearbeitet wird die Qualität der körperlichen Ausdruckskraft. Diese Art eines unbestümen Weiztanzes ist zwar quasi einstudiert, heißt verabredet, aber nicht jedes Mal gleich. Instinktiv erfüllen die Tänzer in diesem kurzen, freien Spielraum den Tanz mit ihrer ganz persönlichen Energie, mit ihrer Persönlichkeit. Jedes Mal anders, jedes Mal neu. In Minus 16 setzt nachherin einzelne Stücke, die vor allem aus seiner Schaffensphase der 90er Jahre stammen, neu und aufeinanderbezugnehmend zusammen. Eine Art Collage, die durch die Zusammenstellung zu einer kompakten Werkschau wird und auch Ausdruck seiner Methode ist, die eigenen Arbeiten auf diese Weise ständig neu zu unterführen. Ein kleiner Tipp, gehen Sie nicht zu spät, also nicht erst zum Klingelzeichen in den Zuschauerraum nach der Pause. Es beginnt nämlich schon, bevor es anfängt. Und bei dem Solo, das Daniel Mulligan von dem noch geschlossenen Vorhang tanzt, können Sie Gaga in reiner Kultur ganz sinnlich erleben. Im ersten Mal mitzuschauen. Ansonsten möchte ich Ihnen gar nicht mehr viel verraten zu dieser letzten Choreografie, der Sie hoffentlich nicht nur durch die unorthodoxe Musikzusammenstellung überraschen wird. Hava Nagila, der wird so krachiger Folklore gewockt, was das Zeug hält und dann ist da einer der berühmtesten Batsheba-Kompany-Szenen zu erleben. Der religiöse Gesang Echad Nioder, den normalerweise die Familie in 13 Frage- und Antworten am festlichen Pessach-Tisch singt. Die Kompany singt immer wieder die Frage und gerät in einer Art wilder La-Ola-Welle auf den Stühlen im Halbkreis in so etwas wie Massenwahn und Wiederholungszwang. Nur, dass es in der Mitte keinen festlich gedeckten Tisch gibt, die Mitte ist leer. Und wenn dann alle ihre Kleider abwerfen, Hüte, Jacken, Hosen und Schuhe in die Mitte fliegen und einen Berg bilden, dann kann man bei so etwas mit etwas Geschichtsbewusstsein sicherlich nicht gänzlich ohne schreckliche Assoziationen weiterschauen. Aber dann gibt es auch immer wieder Brüche als Zeichen der Hoffnung und wunderbare Poesie, wie zum Beispiel das Duo des Juliette Brunner und Jesse Fraser zu einem Satz aus Antonio Vivaldi wie es Miesi Dominus tanzen, eine Vertonung des Psalms 126. Wenn der Herr die Gefangenen in Sion verlösen wird, werden sie sein wie die Träume. Und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen, dass auch Sie ein bisschen träumen können. Einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Applaus